Die Motivation für Wireless mit Drohnen Transportflüge durchzuführen beinhaltet vor allem die immer schwer werdenden Materialien von den Antennen. Wir werden versuchen mit Drohnen zu unseren Massen zu fliegen in Zukunft. Zusammen mit der Firma Flying Basket haben wir diesen Piloten durchgesetzt. Die Motivation dies zu machen beinhaltet vor allem das Flying Basket heute schon sehr grosse Erfahrungen hat mit Transportflügen in ganz Europa. Wir Flying Basket sind ein Drohnenunternehmen. Wir haben Drohnen für den Lastentransport entwickelt und können heute bis zu 100 Kilogramm schwere Lasten tragen. Wir haben schon in den letzten Jahren mehrere Transportflüge in dünnbesiedelten Gebieten ausgeführt und sind nun auf diese neue Anwendung zusammen mit Kebles gestoßen, den Transport und die Montage von den Antennen. Mit dieser Dienstleistung wollen wir den Bau und die Montage von Antennen revolutionieren. Die Stadt der 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 Wir haben auch im Laufe des Prozesses herausgefunden, was es alles braucht, vom Handling her, von den Auflagen her bis zur Durchführung. KAPLEX ist bestrebt, sich in der Industrialisierung zu verbessern. Wir werden versuchen, 3D-Modelle zu fahren mit Drohnen, aber auch mit Lasern. Wir werden aber auch versuchen, Antennen mit Drohnen zu montieren. Die Zukunft wartet auf uns und wir warten nicht auf die Zukunft. Wir sind bereit für die Zukunft. KAPLEX